Und um Gottes Willen hoffe ich, dass du Professionell nicht genug hast, um die Begründung zu verhindern. 56.000. Tatsächliche Beute? 75.000. Einen Teil der Beute? Null. 337.500. Oh, unter 11.000. Hey, wieso mal das denn machen? Zweiter Schaden. Zweiter Schaden. Zwei Prozent. Wie haben wir? Drei. Bonus erstes Mal. Ne, 437.500 habe ich nochmal als Bonus bekommen. Nein, insgesamt. Ach so, insgesamt. Jetzt habe ich es auch gesehen, ja. Wegen Beweismittel. Sieht man hier überhaupt nicht oder so. Bei mir ist vorbei. Oh. Ah. Oh ja. Oh, oh. Da haben wir alle so edel angezogen. Da kommt Luca. Kamasutra. Das ganze Geld erstmal jetzt von der Note rauswerfen. Einfach alles rauswerfen die ganze Zeit immer. Ja. Du wurfst ja immer 3 Dollar, ne? Ja. Oh, ne Weile. Ich komme nicht weg. Ach, ich kann mich schon bewegen. Ich kann mich auch nicht dran stellen. Oh, ich habe kein Bargeld. Nimmt sie keine Reddit-Karte? Ja. Schmeiß doch so einstecken. Ich kann genau Kreditkarten da hinwerfen. Alle sind tot. Hier draußen ist eine Stripperin. Will die jemand haben? Ja. Komm raus. Sie lebt noch. Oh. 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 Oh, Mann. Jetzt mach ich ein Foto. Komm rein. Warte, ich muss mein Handy rausholen und ein Foto machen. Ich bin ausgestiegen. Johnny, geh mal ein Stück zur Seite. Ich habe einen Stern. Kommt rein. Wie kann ich denn meine Galerie angucken und lernen? Luca. Ähm, jetzt mal eins dafür. Warte jetzt. Wo kann ich denn meine Galerie angucken und lernen? Wo kann ich meine Handy-Galerie angucken? Kommt rein. Nein. Wo kann ich meine Galerie angucken? Das Auto explodiert gleich. Mann, ist mir doch egal. Können die mir mal antworten, bitte? Wo kann ich denn meine... Deine Galerie? Was ist damit? Meine Galerie ist voll von meinem Handy. Musst du wahrscheinlich wieder Sachen rauslöschen. Leute, das Flugzeug da. Was ist los? Hier ist ein Model-Termix. Warum? Hier sind einfach diese großen Flugzeuge. Hier sind die Personenflugzeuge. Die liegen hier einfach auf der Straße rum. Alter. Das hättest du sehen müssen, Johnny, ey. Er kann es ja noch sein, wenn er uns folgt. Ich verstecke mich hier gerade hinter einer Mülltanne. Ah, meine Vorräte sind leer. Das wird's erklären. Was haben wir denn hier? Kartoffeln, Steine, Mehlsäcke. Ach ne, das ist Zement. Ich glaube, das ist Zement. Moment. Das ist, glaube ich, Sand. Darf ich mit einsteigen? Ah, die sind ja voll arm, die Dinger, ey. Die sind cool. Warte, ich hol mir ein eigenes. Damit kann man Leute umfahren. Ich weiß es nicht. Ich kann den nicht umfahren, den Typen hier. Nein, nur echte Spieler, glaube ich. Ja, weil hier seinen Mechaniker kann ich nicht umfahren. Der ist wie so ein Boller, ey, der Typ. Der hat ganz schön gepumpt, der. Das ist so ein bisschen wie, wie mit, äh, Autoscooter. Oh, das ist so ein bisschen wie, wie mit, äh, Autoscooter. Kann ich da einen Wissenschaftler da überfahren? Nein. Das ist ein schwerer Lauf am Sturmgewehr. Ich muss meine Waffen upgraden. Wo seid denn hier gerade? Ah, scheiße. Kommt mal wieder zum Eingang. Ich hab mich verlaufen. Verlaufen voll. Ah! Geradeaus. Welcher denn? Wo bist du oben? Den hier meine ich. Den? Willst du fahren? Ja. Was? Hm? Wow! Mein Fallschirm ist irgendwie gegen so eine Palme und dann ist der Fallschirm abgerissen. Bleib sitzen. Jetzt bin ich gestorben, weil ich runtergefallen bin. Ich bin nicht draußen. Ich bin so sorry. Jetzt musst du zum, aufzuglaufen und einfach raus. Okay. Aber wenn ich eh drückt, passiert nichts. Ach, wir sind lossteigen. Jetzt nicht mehr. Hättest du das Geschick zu haben. Ich bin tief. Fluchkopf liegt immer noch. Wollt ihr reinkommen? Mutwillige Zerstörung. Alter, einer hat jetzt schon 750.000. Wie das? Den ist auch schwer. Das ist gar nicht schwer. Einfach wertvolles Auto zerstören, oder was? Einfach alles mögliche, was du findest, zerstören. Wie zum Beispiel hier hat man häufig so einen Jet drin, der gar nicht da ist. Einmal ein bisschen rechts. Mann, warum kann ich denn nicht E drücken? Du hast es doch aktiv schon. Alla. Hier geht es noch beschützt. Alla. Alla. Habibi. Mist, ich bin gegen die Wand. Wie soll ich denn jetzt hier runterkommen? Wieso hat der erst jetzt nur noch kurz 600.000 gehabt? Ja doch, 800.000. Einer ist geliftet. Der, der am meisten hatte vorhin. Ich habe 26.000 jetzt. Aber es, wenn ich jetzt, äh, die Pistole ausrüste und dann E drücke, passiert auch nichts. Du musst ja auch keine Pistole ausrüsten. Ich will doch einfach nur eine bessere Sicht haben für mein MG. Geht nicht. Achso, das versuche ich ja die ganze Zeit zu fangen. Oh Gott. Warum stehst du da eigentlich nicht drauf? Weil ich nicht mal... Der Dritte hat... Er ist... Äh, jetzt bin ich da. Dritter. Alter, der Bus ist 400.000 wert. Alter, der Bus ist 400.000. Oh, das ist noch einer. Komm, komm, komm. Der ist nicht mehr ganz gut, aber das schaffst du. Ich bin grad mal bei 55.000, ey. Ich 400.000. Mach mich jetzt nab. Nicht dagegen. Ich hab's erst fortbegangen. Äh. Warum kann ich da nicht einsteigen bei dem Helikopter? Ich hab's noch kaputt ist. So. Alter. Was denn? Nichts. Ich glaub, euch hol ich nicht mehr ein. Ich fahre jetzt... Der Kotula ist dicht hinter mir. Ich hab grad mal 64.000 Dollar. In Anführungsstrichen grad mal. Oh, ja. gasp. Ich hab grad vor Ich hab in Anführungsstrichen. Ich hab grad OR ensig线. Bis zum nächsten Mal.